Moin Leute, Trimax hier. Bevor das Video startet, gute Neuigkeiten, denn mein eigener Geschmack von Level Up, Triple Green, Afriki wie die Metal, ist wieder im Shop, war ja damals sofort ausverkauft. Ich kann mir auch vorstellen, dass das diesmal wieder ausverkauft sein wird. Das Ding gibt es jetzt wieder ab Freitag 16 Uhr, das Ganze gekoppelt mit einer schönen Rabattaktion, und zwar versandkostenfrei mit dem Code Trimax2. Könnt ihr euch schön eindecken. Ihr könnt euch erstmal das Probepack probieren, das ist natürlich aber nicht mein Geschmack drin. Oder halt die Limited Box, auch das versandkostenfrei. Das Ganze bis Montagnacht. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ihr habt euch mal wieder gewünscht, dass wir endlich nach langer Zeit mal wieder in die Arena gehen. Und ich will es jetzt auch hinbekommen, ich habe mich jetzt verbessert. Ich möchte erst im Duo die 300 Punkte knacken, dann mit einem zweiten Account im Solo die 300 Punkte knacken. Ich bin scheiße in dem Game, verbessere mich auch nur langsam, aber immerhin verbessere ich mich. Ihr müsst das nicht immer wieder in die Kommentare schreiben. Zieht euch einfach rein, zieht euch die Videos vor ein paar Monaten rein und vergleicht das mit jetzt. Ich wurde schon besser und ich gebe da auch mein Bestes. Ganz, ganz wichtig. Wir sind jetzt gerade hier live on Stream, haben wir die 925.000 Follower geknackt. Und ich möchte unbedingt die 1.000.000 Follower bis zur Gamescom machen, bis Mitte August. Denn das hat bisher nur Montel aus dem deutschsprachigen Raum. Und dafür müsst ihr ganz leicht, ich sehe es auch, auf YouTube ziehen sich da so viel rein, auf Twitch sind gar nicht so viele, auch wenn es sehr viele sind. Wenn ihr meinen Stream seht, drückt ihr hier einfach auf dieses Folgen bei mir im Stream. Zack, so, kostet nichts. Wenn ihr keinen Twitch-Account habt, macht euch einen, es lohnt sich. Und das war es schon. Schon wäre das krass, das würde ich mich riesig darüber freuen. Noch mehr als über alles andere. Und ich würde sagen, jetzt starten Romatra und ich bei 156 Punkten. Minus ein Hype. Toll. Irgendwie so. Ja, die Metapher hatte komplett aus. Bist du das? Naja, ich habe nichts im Tod. Scope? Ah, er? Ja, wieso bist du da runtergesprungen für die? Hilfe! Wie hebe ich Sachen auf? Ich habe alles falsch gebeindet, Max. Also der... Ich bin lockt, Alter. Alles ist falsch eingestellt. Ich muss noch mal Sachen ändern. Was? Komm, Max, geh rein. Oh. Fun. Ich auch. Oh mein Gott. Ich lande hier halt auch und es ist kein... Kein Gott. Wir werden mit Granatwerfer angeklissen. Hab einen. Aber es ist nur gedowned. Ich kriege halt nur eine... Ich bin so lustig. Ich dachte, das ist ein Kopf. Schrei dich raus. What? Keine Metz. Ich habe auch nur eine Heavy. Ich habe gegen einen Dachzieher geschossen, weil ich dachte, das ist ein Kopf von dem Typ, mit dem ich gedowned habe. Das raffe ich jetzt erst. Ich war so ein bisschen im Fokus drin. Ich greife an mit Schattengranaten. Echt jetzt? Ja. Bei mir kleidet einer mit Geysir, aber der hat mich, glaube ich, nicht gesehen. Bist du da? Ich habe ihm zwei Hits gegeben, eine ist White. Warte mal. Wow. Damn. Bessig. What? Ich sehe ihn da oben. Headshot. So muss das aussehen. Gegner über uns. Neue Gegner über uns. Ich habe einen Headshot kassiert. Einen Heavy-Snap-Headshot. Ich bin auch gierig geworden, habe mich nicht bewegt. Ich habe mir gut Damage gegeben. Eventuell kannst du mich wiederholen. Einfach. Wenn er es nicht rafft. Was machst du da? Oberen drei. Oberen drei. Oberen drei. Faltest du da oben? Ja. Es sind nur noch 13 Leute am Leben. Soll ich hochkommen? Macht Sinn. Vielleicht wieder von hinten. Oh Scheiße, Romadra. Jetzt muss er aber ganz schnell kommen. Ja, ich bin da. Der wurde ich da gesniped. Ich weiß auch nicht, wie gut die sind. Das ist mein Problem, weißt du? Ich habe High-Ground. Kann ich mal treffen, bitte? Ich habe sie beide. Alter, habe ich die low gemacht. Aber auch beide für sich, ne? Oder nicht? Doch, doch. Die waren schon sehr low. Ich habe nichts getroffen. Siehst du doch. Guck mich an, guck mich an, guck mich an, guck mich an. Ja, ich sehe, dass du den Berg hochläufst. Ich bin gleich tot, Max. Echt? Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Ich sehe dich. Ich habe den 1,42 hat gegeben. Über dir ist auch noch einer, gell? Oder was ist mit dem? Ich mache den richtig damage, den Typen. Einer ist down. Sehr schön. Ich habe den link. Pass mal auf, rechts von dir ist einer. Der hat aber schon. Ich habe ihn. Die greifen mich an, die sind zu zweit. Hilfe! Ich komme hoch, ja. Chill. Hab einen down? Nice, lässig. Lol. Nice, habe ihn. Ich habe einen Snipe-Headcast. Jeder Snipe nur noch. Ich finde dieses Game so scheiße. Es gibt übrigens, habe ich noch nicht gesagt, aber es gibt 5 Sniper in diesem Game gerade. Und 2 Shotguns. Aha. Hast du mal nachgedacht? Aha. Hab ihn denn einen? Der eine ist so low. Den letzten musst du töten. Den letzten musst du töten. Der letzte ist dein Kill. Ich wollte ihn trappen und ich habe es nicht hinbekommen. You are so bad, Roffel. Ist sein Name. Und er hat recht. Er hat recht. Ich hatte eine Falle. Ich wollte es machen. Aber ich habe nur noch 100 Materials. Den musst du töten. 4 Punkte gibt er. Ups. Schön. Der heißt wirklich You are so bad, Roffel. Es passt auch einfach. Wow. Das ist der passendste Name aller Zeiten. Ups. Sehr gut. Okay. Auch kurz geplexed. Falle. Trapp ihn. Aber schreiben auch alle Falle. Trapp ihn. Ich habe es versucht. Ich habe einen. Ich bin los. Lässig, wo? Hier ist einfach mal eine Ska rausgekommen. Ich habe ihn fast. Er ist one shot. Rein da. Schön von beiden Seiten. Ja. Lässig. Ein bisschen besser sind wir noch. Ich wurde gesniped. Sagst du mir, wie viel Sniper hat es? Hat mich gewehrt. 86er Hit. Headshot. Der ist raus. Also bevor man den Sniper-Spieler snipern möchte. Sollte man schon üben. Faltest du da noch? Nein, nein. Hier kommen die krassen Waffen raus, Digga. Da. Lass da fighten. Da weiß ich glaube ich. Hit. Hit. Double-Headshot. Wenn die Drohnen mit. Oh, Bogen, Bogen, Bogen brauche ich. Dann ist alles geil. Bogen. Pass auf, es satten Leute auf uns. Völlig out-juked habe ich den. Komm, das ist nacht. Kann doch gar nicht sein, oder? Doch, doch. Hä, bin denn in den Sip-Stream rein, das während wir nicht geschaut haben. Doppel-Hit. Du hast also... Die snipen mich. Ich habe 200, hin, 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 hin. Komm, komm, komm. Ich habe den beiden 100 Damage gegeben mit einem Buben. Die haben beide 100 dahinter drin. Hier lang, vor mir, vor mir, vor mir. Ich bin im Bau-Fight. Der will deckeln. Warte, 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 warte. Ich habe ihn gleich. Chill kurz. Der unten ist ganz, ganz low. Du musst den anderen nehmen. Hab einen. Daneben. Oh ja. Wieso hatten die schon wieder so viel Schild? Das verstehe ich nicht. Die haben so viel Schaden kassiert und leben dann wieder. Ich brauche Sachen, Digga. Ich brauche echt Sachen. Oh mein Gott. Die sind zwei unter mir. Bist du da? Ja. Fuck. Die sind über dir. Ah, ne, unter dir. Ich sehe es. Ich pinche die. Alles gut. Ich gehe von der anderen Seite. Du schiehst von da. Ich gehe von der anderen Seite. So spielen Zombie und Schink immer. Die gehen immer so von zwei Seiten. Weißt du, was ich meine? Ja. Guck mal, der baut jetzt hier. Nicht, weil er nicht weiß, was ich hier schiebe. Hab einen. Habe ich. Ist das lässig oder ist das lässig? Ist das saulässig. Wir haben die gepinched. Wie heißt das genau? Gepinched haben wir die. Immer schön pinschen, Leute. Immer schön pinschen, Leute. Alles weggestaubt, saugt. Rift ist dabei. Zwei Rifts, Alter. Wir haben die ja übel gepinched. Zwei Rifts. Und drei Lagerfeuer haben wir jetzt. Der ist mit dem Bogen so derbe sicher. Ich würde sogar mit dem Bogen gegen Stompy kämpfen. Auf sehr hohe Distanz. Auf richtig hohe Distanz. Auf so hohe Distanz, dass ich noch nicht mal rennere bei ihm. So derbe weit weg, dass wir uns nicht sehen. Dann würde ich sogar gegen Stompy kämpfen. Und wenn er mit seinen Füßen spielt. Genau dann. Oh. Du musst an der... Oh ja, Rift immer. Rift er auf die drauf da oben. Siehst du die? Okay, ich rifte. Boom. Ja. Und jetzt auf sie drauf direkt. Drop auf sie drauf. Dropst du? Ich drop Insta. Ich hab den einen schon gelasert. Hast du high? Ne. Du? Nein. Oh, er geht. Wird auch in den Hals gekommen. Schieß auf ihn. Bam. Der ist low. Bam. Hast ihn? Ja, hab ihn. Das war ganz schön lange. Ja. Bam. Geil, lässig. Da kommen neue. Treffer 115. Wo denn? Kann ich nicht sagen. Ich hab Angst. Max, du sag wenigstens Osten. Du musst ja nicht pingen. Ich hab jemanden 200 Damage gegeben. Er lebt noch. Wollen wir hinschauen? Hast du noch eins? Nein. Ja, aber machen wir nicht. Fokus, Fokus, Junge. Schieß das mal weg. Schnell. Nein, ich hab nichts am wegschießen. Schieß du es weg mit der Heavy. Treffer 100er. Wo ist er? Wo ist er? Den hab ich. Oh, den hat... Also der Schuss war lässig. Das hat richtig geklatscht. Wo ist der? Wo ist der letzte? Ich würd' ihn gerne Build falten. Ich würd' ihn... Wer ist hier hinter mir? Oh, was? Oh, was? Ich wollt' ihn erstmal nur Damage, der hat nen Headshot kassiert. Das ist ein 88er von der Legendary. Oh. Warte, wir müssen zusammen anpirschen. Du darfst nie was alleine machen, Max. Das ist Regel Nummer 1. Hab ihn. Hab's einen Mate? Heilige Scheiße. Wo kam die her? What the fuck? Also es war ganz dumm, dass ich das gemacht hab. Eigentlich wär das mein typischer Tod. Ich hab einen schon ungefähr fünfmal getroffen. Oh, der eine ist verschwitzt. Hilfe! Hm, ich mach den Hanky. Geht auch. Ich bin der Hanky, ich hab einen. Ich hab einen, ich hab den anderen. Alter, wann die Scheiße. Jetzt weiß ich, wie man sich fühlt, wenn man gegen Trimax spielt. Der ist im Highground und kriegt nur fette Hits ab und kriegt gar nichts geschissen. Ja. Sehr geil, gefällt mir. Also er hat ja 1 zu 1 gespielt, wie ich im 101. Er hat mich. Mann. Ja. Schnell, hol mich hoch. Ganz dringend. Das war ein cleaner edit. Komm hoch. Sehr schön, es geht schneller. Bam. Instant weg. Headshot. Das wird ein Problem. Millimeter Peak. Er holt mich weg. See Russian. See Russian. Da schaust du. Ich hab dich eben geholt, jetzt holst du mich. Go, go, go. Die schießt mich runter. Alter, ist der lost. Der schießt noch zweimal daneben. Die holst du, komm. Schön. Genau so. Ja. Wollen die spliffen, ne? Schön. Schade. Wunderbar. Ah. Was? Ich hab der Bauch. Der Romatra. Ich hab das so schön gespielt. Ja. Ich hab das so schön gespielt. Von Anfang bis Ende. Ja, es war so geil. Du gibst beiden immer wieder Damage. Und dann hängst du da in der Ecke. Dann schreibt ihr in die Kommentare, ob ihr sowas öfter sehen wollt. Sowohl im Solo als auch im Duo. Ja, ich fand's noch okay. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich nächstes Mal richtig ausraste, wenn man stuck ist, weißt du? Ja, aber es wird auch zu 300 Punkten dann richtig nice. So richtig, äh, ja. Okay. Glaub ich dir. Gut. Dann vielen Dank fürs Zocken. Äh, bis zum nächsten Mal. Hau rein.